Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute gibt es mal ein vorläufiges Fazit zu meiner Steambo Stinger M10. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Ja, die Steambo Stinger M10. Vorläufiges Fazit. Ich habe die ja erst ein paar Wochen im Einsatz. Das richtige Fazit gucken wir uns dann so in circa einem Jahr an. So richtiger Langzeiterfahrungsbericht. Aber es gibt natürlich schon einiges, was ich jetzt schon zu dem Ding sagen kann. Wir haben hier nicht nur das ganze System an sich dabei, das ist klar, sondern natürlich auch diesen coolen Griff. Und der hat zum Beispiel ein Spezialfach, wo man einfach mal Batterien oder zum Beispiel auch eine Sehne reinpacken kann. Der fühlt sich richtig gut an. Und ich habe ihn noch nicht mal umpositioniert, weil ich bin einfach endlos zufrieden mit dem Ding. Das hat eine richtig gute Haptik. Diese ovale Form ist auch richtig angenehm. Hat einen guten Grip. Fühlt sich einfach hochwertig an. Richtig, richtig geil. Vor allem eine Top-Verbesserung zum Standardgriff, der sonst immer bei der Stinger dabei war. Schulterstütze hier ist es sogar noch viel, viel krasser. Hier haben wir nicht diese Schnitzelhammerstacheln, sondern eine gummierte Fläche. Und die erfüllt natürlich jetzt genau den gleichen Zweck. Wir haben richtig schön Grip. Und das sogar, wenn wir oberkörperfrei sind, ohne dass wir uns hier einen Schnitzel klopfen. Das finde ich schon mal sehr, sehr angenehm. Und das war es auch noch nicht. Denn der Schaft hat noch weitere coole Sachen. Zum einen haben wir hier und auch hier eine Aufnahme für einen Quick Detacher. Steckt man einfach hier rein. Drückt dabei einmal den Knopf. Dann geht es runter und das Ding ist fest. Da kann man jetzt einen Sling dran machen. Außerdem haben wir hier eine Wangenauflage. Und das finde ich genial, weil ich hier eine richtig schöne Visierlinie habe und immer gleich den Kopf auflegen kann. Hier kann man nichts runterdrücken. Guck mal. Ich drücke da jetzt mal mit voller Kraft gegen. Da passiert gar nichts. Das liegt daran, weil das Ding hier verzahnt ist. Und das ist richtig, richtig genial, weil dadurch verstellt sich das nie, nie, niemals. Und man kann wirklich alles, sogar 150 Pfund so easy mit der Wange spannen, ohne dass hier irgendwas passiert. Richtig, richtig geile Sache. Und das und das sind schon mal wahnsinnig geile Verbesserungen, meiner Meinung nach. Aber das war es ja noch gar nicht. Wir haben hier zusätzlich noch einen Tuning Trigger drin. Seht ihr das? Hier gibt es Sehnendämpfer. Die schlucken einfach die Restenergie. Und das ist natürlich sehr schön verschleißsam. Den oberen Teil, der Stinger. Und der hat ein Wechselmagazin. Und das ist einfach genial. Ich habe jetzt so viel schon damit geschossen. Und es macht einfach so unendlich viel Spaß, diese Magazine zu leeren, neu aufzufüllen, zu wechseln, durchzuschießen und das gleiche wieder von vorne. Klar, Wechselmagazin ist hier bei dem Upper eine der wichtigsten Innovationen. Aber noch lange nicht die letzte. Denn wir haben hier nämlich noch einen Quick Detacher. Das heißt, auch hier können wir noch eine Sling dran machen. Das heißt, wir können entweder eine One-Point-Sling machen, so hier. Oder halt zusammen mit dem da hinten eine Two-Point-Sling. Und das komplett ohne, dass wir hier irgendwelche Montagen für eine Sling-Aufnahme dran machen müssen. Das Teil gehört übrigens nicht zum Lieferumfang der Stinger. Schön wär's. Das ist das Mantis X10. Sehr, sehr geil. Mit freundlicher Unterstützung von Hatila. Mir zum Testen zugeschickt. Und da wird es auch bald ein Video zu geben. Wenn du das nicht verpassen willst, klick auf jeden Fall auf Abonnieren. Aber das ist, wie gesagt, nicht dabei. Dann gibt es hier noch was. Eine manuelle Sicherung. Also nicht wie bei das Ding A1, dass man nach jedem Nachladen einmal entsichern muss. Sondern hier kann man, wenn man möchte, nach dem Laden einfach die Sicherung reinknallen. Das geht richtig einfach hier mit dem Daumendruck nach vorne. Mit dem Daumenzug nach hinten tue ich mich immer ein bisschen schwer. Da mache ich einfach den hier. Also so hier quasi. Das ist halt auch so ein richtig schön sattes Klack. Und das ist einfach, wie sagt man, satisfying. Also zufriedenstellend einfach. Befriedigend. So, dann haben wir hier noch etwas. Hier hinten. Und das ist der Quick Release Pen. Einfach so den Pin raus. Nach oben und fertig. Das ist so genial. Und das habe ich mir so lange gewünscht. Bei mir funktioniert das perfekt. Das hat sich noch nie irgendwie aus Versehen entriegelt oder sonst was. Ich habe da aber auch schon ganz wilde Storys von anderen gehört. Die diesen Sicherungspin. Ja, ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Wo die auf die Idee gekommen sind. Das ist ja ein bewegliches Teil. Also schmieren wir das mal. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Sicherheitsrelevante Teile. Wie Bremsen bei einem Auto. Oder Sicherungspins bei Waffen. Werden natürlich nicht geschmiert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir bleiben hinten beim Magazin. Denn es gibt noch etwas, was es so bei einem Polymermagazin von Steambo noch nicht gab. Und zwar hier haben wir nicht nur eine echte Kim und Korn, sondern auch die Möglichkeit, das ganze Ding auszutauschen. Und direkt mit bei der M10 war bei mir hier dieses Ghost Ring Site. Das hat Steambo direkt mitgeliefert. Dass man direkt hier eine Auswahl hat. Und das hier ist dann auch für größere Distanzen ausgelegt. Während das hier halt wirklich nur für den Nahbereich gedacht ist. Ausgeliefert wird die M10 so. Und hier sind dann noch seitliche Schienen dran. Das ist cool. Das ist die Standardoptik des Dinger. Man hat eine schöne offene Visierung. Hier mit Leuchtkorn, Kimme Korn oder halt dem Ghost Ring. Und hat direkt die beiden Schienen mit dabei. Also da ist kein weiteres Tuning notwendig, um da noch irgendwie Seitenteile dran zu kriegen. Und auch so ist das natürlich top für den Red Dot geeignet. Gar keine Frage. Auch hier kann ich meinen Red Dot draufsetzen. Aber ich persönlich, hier passt das Red Dot perfekt drauf. Und es hat jetzt eine perfekte Visierlinie, die richtig, richtig schön tief ist. Also für mich ist das absolut ideal. Gerade dadurch, dass man hier noch eine Wangenauflage direkt mit dabei hat. Hat man hier wirklich alle Möglichkeiten, um richtig schön präzise mit diesem Ding zu schießen. Die Top Picatinny ist verschraubt. Das hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Weil man kann dann zum Beispiel das hier machen, wie ich das hier gemacht habe. Kann man das sehen? Ich habe mir die Schiene ein wenig angeschrägt. Und zwar, indem ich hier kleine Unterlegscheiben aus Nylon drunter gelegt habe. Mit einem Innendurchmesser von 4 Millimetern. Also genau wie diese Schraube. Das heißt, du hast so gut wie gar kein Spiel drin. Und kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Kannst dir damit aber richtig schön die Picatinny anschrägen, um damit auf richtig, richtig weite Distanzen zu gehen. Mit dem einen Plättchen bin ich super zufrieden. Damit kann ich so gut wie alle Distanzen abdecken, die ich bis jetzt mit dem Ding geschossen habe. Wem die tiefe Picatinny nicht gefällt, aber mit dem Winkel der Picatinny nicht zufrieden ist, überhaupt kein Problem. Wenn du hier ein oder zwei oder auch drei oder vier Unterlegscheiben drunter legst und jetzt hier vorne wieder die Montage drauf schiebst, dann wird der Winkel von der Picatinny mit auf hier oben übernommen. Also auch die vorne ist jetzt angeschrägt. Also auch das funktioniert richtig geil. Und wem dieser Spalt hier, da ist ein ganz kleiner Spalt wegen der Unterlegscheibe, wem das nicht gefällt, schiebt einfach das Ding drauf und dann ist er verschwunden. Was ist denn mit der Leistung? Was ist denn mit den inneren Werten? Und dieser Bogen, der 75er, mein absoluter Favorit. Denn damit kannst du auch, wie beim 55er, jeden Fall schießen, hast aber auch eine sehr schön flache Flugkurve und eine gute Präzision und außerdem ein Abzugsverhalten, was eigentlich sich vom 55er gar nicht mehr unterscheidet. Also das ist echt richtig top. Gerade mit dem Tuningabzug ist das... Ja, und bei der M10 haben wir natürlich auch ein Schnellwechselsystem. Macht natürlich Sinn, wenn man hier den Pin schnell ziehen kann, dass man auch ein Schnellwechselsystem hat. Und das ist natürlich auch richtig geil, denn in Kombination mit einem Klappschaft-Adapter hat man ein super, super kleines Klappmaß, Packmaß sofort zusammen und kann das Ding auch sofort wieder groß machen im Nullkommanix. Also das geht echt richtig schnell. Wahnsinn. Also ich glaube, wie man merkt, meine Begeisterung für die M10 hat kein Stück nachgelassen. Ganz im Gegenteil, durch die viele Benutzungen und die vielen tausend Schuss, die ich mittlerweile gemacht habe, kann ich ehrlich sagen, ich habe mich hier knallhart verknallt in das Ding. Also alles natürlich total positiv. Es gibt keinen Kritikpunkt. Nee, kauft das Ding sofort, dann kriege ich ja auch Provisionen und so. Nee, tatsächlich habe ich aber auch was Negatives gefunden bei der M10. Und das will ich euch natürlich nicht verheimlichen. Und zwar ist es so, dieses Geräusch hat mich am Anfang schon gestört, muss ich ehrlich sagen. Hört sich zwar nicht so geil an, aber es warnt dich davor, dass dein Magazin gleich leer ist. Und daher ist das eigentlich gar nicht mal schlecht, sondern für mich mittlerweile eigentlich sogar ein positiver Vorteil. Ja, dann gibt es hier einen ganz heftigen Nachteil. Und das ist nämlich, das Ding hat keine 415 FPS wie meine Scorpit. Nein, also es ist natürlich völlig klar, das Dinger ist nicht dafür gedacht, auf 100 Meter zu schießen. Und auch wenn ich es mit der M10 noch nicht probiert habe, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die M10 nicht die Präzision für 100 Meter mitbringt. Wie hoch hier die tatsächliche Maximaldistanz ist, das kann ich euch ehrlich noch gar nicht sagen. Aber ich vermute mal, dass auch hier mit diesem System so ab 40, 50 Meter wirklich der Spaß aufhört und man dann halt nicht mehr so gut trifft. Und es gibt noch einen ganz, ganz üble Nachteil. Ich kenne auch AR-15 Schützen, die schießen dieses Red Dot einfach auf 100 Meter. Ohne Vergrößerung, bloßes Auge, das geht auch. Aber wir bekloppten Armbrustschützen wollen ja sogar für 10 Meter einen Scope haben. Und das geht hier halt nicht. Ich weiß, Stibo arbeitet da an der Lösung. Wahrscheinlich wird das irgendwas Schwenkbares oder Klappbares. Aber ganz ehrlich, ich werde es nicht brauchen. Ich bin mit diesem Ding absolut, absolut zufrieden. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, wo ich gehört habe, dass sich da Leute dran stören, was ich so halb nachvollziehen kann. Und zwar ist das das Befüllen der Wechselmagazine. Das ist angeblich so schwer. Ich meine, dann gucken wir uns doch einfach mal an, wie man das Magazin befüllt. Ich habe es ja erst zwei, drei, vier, fünf Mal gezeigt oder so. Aber wieso kriegen das die Leute nicht hin? Es ist doch wirklich kein Hexenwerk. Hier, hier oben sind gerade 36 Grad. Ich bin total am Schwitzen, habe nasse Hände, bin am Labern und einfach ein bisschen üben. Bewahrt die Geduld. Das ist eine richtig tolle Sache, um die Feinmotorik zu trainieren. Und wenn es dann ernst wird, dann ist es ja eh nur noch grobmotorisch. Da braucht man gar nichts. Gar nichts. So. Und das war jetzt natürlich der 35er-Wurfarm. Weil das ist natürlich eine andere coole Sache bei der M10. Ja, hier passt jeder andere Wurfarm rein. Das heißt auch mein heißgeliebter 35er, aber auch mein heißgeliebter 150er. Die passen da beide rein. Und das ist einfach richtig schön genial. Damit kann man richtig schön Spaß haben. Und es geht super leicht und ist keine Anstrengung. Und das ist bei diesem heißen Wetter genau das Richtige. Weil da jetzt immer 75 Pfund zu pushen, das muss nicht sein. Das muss doch nicht sein. Also das machen wir mal, wenn die Temperaturen wieder unter die 30 gehen. Ich brauche Urlaub. So. Aber gibt es denn noch weitere Nachteile? Was ist mit der Präzision? Ich bin davon ausgegangen, die M10 wird die Präzision der AR6 halten. Aber hat halt das doppelte Anschluss und kann schnell gewechselt werden und hat noch andere Vorteile. Aber ich wurde total überrascht. Das Ding ist nämlich noch präziser als eine AR6. Und ich kann es mir eigentlich überhaupt nicht erklären, wieso das so ist. Double Stack. Aber es ist so. Das lässt sich nicht leugnen. Zumindest nicht bei diesem Modell. Wenn das bei deinem Modell anders ist, dann lass mich das auf jeden Fall wissen. Schreib mal in die Kommentare, was du sagst. Präzision. Stinger AR6 gegen M10. Tja, und was ist mit der Zuverlässigkeit? Die AR6 war ja dafür bekannt, Stahlnägel zu verschießen. Geht das hier auch? Wenn du das sehen willst, dann klick mal hier oben in der Ecke. Weil das haben wir tatsächlich letzte Woche ausprobiert. Und es hat mehr oder weniger geklappt. Es ist nicht ideal. Aber es funktioniert. Mehr oder weniger. Das ist quasi das High-Performance-Schnellschuss, Schnellwechsel und Schnellzerleg-Ding. Das ist auch zuverlässig. Definitiv. Mir ist hier noch nie ein Leerschuss passiert. Na gut, einmal schon. Aber da hatte ich ein Magazin mit elf Pfeilen und ein Magazin mit neun Pfeilen. Und habe aber beide zehnmal geschossen. Ist klar, dass es dann leer ist. Wobei ich aber auch schon davon gehört habe, dass sowas passieren kann, wenn man seine Pfeile niemals sauber macht. Niemals. Und das Magazin diesen Schmutz, der an den Pfeilen dranklebt, aufnimmt. Dann ist natürlich klar, dass irgendwann das Magazin dann doch Probleme macht. Ich persönlich hatte das noch gar nicht. Aber ich mache halt meine Pfeile auch immer sauber, wenn sie dreckig sind. Gerade so diese Verschmelzungen, die man von den selbstgebauten Zielen hat. Wo halt das Plastik am Schaft schmilzt. Das ist wirklich wichtig, dass ihr das abmacht. Bis jetzt kann ich echt sagen, ich habe alles mit dem Ding machen können. Und es hat kein einziges Problem gegeben. Also Fazit. M10 besser als AR6 im Polymer Magazin. Definitiv. Richtig, richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Richtig spaßig. Richtig tolle Ausstattung. Einfach geil. Und auch optisch. Ich liebe das Design. Und die Ergonomie bleibt halt auch die gleiche. Aber ist das denn auch die beste Stinger, die es jemals gegeben hat? Ganz ehrlich, da bin ich mir noch nicht sicher. Das wird nämlich die Zukunft zeigen. Ich sage dir ehrlich, um das Nonplusultra-Gefühl zu haben, brauchst du eigentlich eine M10 für den schnellen Spaß. Und eine AR6 Metall Magazin für die krasse Haptik. Das ist Wahnsinn. Das Ding fühlt sich richtig hochwertig an. Hat eine geile Haptik. Und ist einfach perfekt ausgewogen. Und hier hast du natürlich nochmal ganz andere Sachen als bei dem M10. Zum Beispiel aufschwingenden Deckel und sonst wie. Aber darum soll es heute nicht gehen. Dazu gibt es ja schon im längsten Video. Wenn du meinen Gutscheincode nutzen möchtest und diese 5% so richtig ausnutzen möchtest, dann ist das hier und das hier auf jeden Fall das, was ich dir empfehlen würde, in den Einkaufswagen zu tun. Und absoluter Geheimtipp. Das Holosun HS510C. Absolut geil. Mein absolutes Lieblings-Red-Dot seit über einem Jahr im Einsatz. Und es ist einfach perfekt. Ich glaube, 399 abzüglich 5% ist das Beste, was man aktuell mit diesem Red-Dot machen kann. Und ey, also wirklich bis auf den hohen Preis kann ich das Ding uneingeschränkt empfehlen. Und wer vorhat, dieses Hobby noch einige Jahre zu machen, für den ist das eine richtig gute Investition. Glaub mir. Allein schon, weil du Batterien und Nerven ohne Ende sprachst. Ne? Solarzelle. Und wenn du mehr zum Red-Dot wissen willst, dann klicke auch mal hier. Da gibt es das Red-Dot-Video. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes mehr übrig, als mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken. Hat mich riesig gefreut, dass du hier warst. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier bist. Hier bei Mac. Modern Archery Germany. 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 Modern Archery Germany.